So, nachdem wir uns in der Ecke geschämt haben, kann es ja heute wieder weiter gehen. Bam. Ähm, ja, wir waren bis in dem großen Raum, genau. Puch. Oh, hier schießt ja noch was rum, irgendwas. Wo kommst du jetzt bitte noch her? Hi, süßer. Hm. Diesmal sind sogar die mal blind. Ist ja gigantisch. Boah, aber hier ist es wirklich verdammt offen. Ich bin auch fast tot, ne? Das ist auch nicht ganz so geil. Was mache ich hier für eine Scheiße? Ne, ich muss da hin. So viel sollte klar sein. Da muss ich diesen Sprung mal hinkriegen hier. So. Erst dahin, erst dahin. Gute Frage, nächste Frage. So. Okay. Ne, hier geht's nicht weiter. Gott, aber bei diesem riesigen Raum weiß man nicht, wo man zuerst hin soll. Das ist halt echt mal wahr. Ist auf jeden Fall Fressalien. Die ich auch wahrlich gebrauchen kann. Aber das Level scheint auch fast geschafft zu sein. So, aber was ist... Ach. Was gibt's doch nicht, was für ein Arschgesichtsscheiß hier. Ach, komm schon. So, da komm ich auch. Nur die Etage höher, in der ich auch anderweitig rankommen wäre. Was habe ich als Vierter für nichts? Dann nimmt man die mal mit. Oh, das ist eine Feuerbrücke, ja, wui. So. Da gibt's nichts zu überlegen, ne? Was, was, ach, da hält, über mir. Wo bist du? Hm. Ich habe nicht eine Idee, das steht ja hier. Nicht. Wieso? Wieso? Hä, was? Der war doch hier. Hä? Das ist mich doch... Ach. Ach, bin ich noch weiter runtergefallen? Ach, so eine Verschwendung jetzt hier. So eine Verschwendung, na gut. Egal. Gott, so viel Zeug hier. Wie, was, was ist da unten los? Ich sehe es nicht. Doch da. Scheint tot zu sein. Boah. Wer schießt hier so scharf? Keine Ahnung, es geht doch mal wieder rein hier. Äh, da, da. Was ist zur Hölle? Wie ist denn das zur verdammten Hölle nochmal? Na super. Bin ich wieder hier. Ungünstig. Äh. Oh, das Ding ist viel zu offen. Äh, ach, ja. Wenn irgendwo noch Gegner ließ. Ah. Sterb. Wer ist denn das? Oh, der. Oh Gott, 2H, das ist nicht so supergut. Hm, hier ist nichts weiter. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal einen Raketenwerfer nehmen. Keine Ahnung. Ich mache schlecht, ich denke, das ist zu schlecht. Der Licht hier nämlich gerade so schön. Entferne ihn! Fuck! Ach, passt nicht durch, scherzter Peter. So, jetzt bin ich in Ruhe. Ähm... Wo ist hier jetzt noch einer? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Es waren doch so viele. Lassen wir den Schalter erstmal noch sein. Der scheint noch mehr anzulocken. So. Futter. Hier ist nichts weiter. So. So. Du lässt mich in Ruhe. Diesmal nicht. Nein. Gott, speichern wir mal. So. So. Ja, irgendwo ist hier noch einer. Lusche aufmachen. Äh... Das ist gar nicht so einfach in diesem großen Raum. Verdammt der Hölle. Hm. Puh. Ach, hier. Ach, komm. Oh nein. Nein. Was ist denn das, Mensch? Ja, kannst du auch schneller laden. So. So. Jetzt aber. War doch gar nicht schwer, oder? Speichern. So. So. Was haben wir hier schönes? Hier war ich anscheinend schon. Boah, da unten ist ja auch gut was los. Ich hab da will ich rein, da oben. Oh Gott, Mut. Wie geil ist das denn? Da hab ich zuerst hingemusst. Aber jetzt nützt es mir jetzt auch nicht viel. Äh. Dann hol ich mich vielleicht, wenn ich die Bronzetür öffne. Jo. Genau die. Macht das mir Sinn. Sieht ja auch schön da drüber. Wahrscheinlich ist das genau dafür gedacht. So. Ist noch irgendwas offen. Wir scheinen alles geholt zu haben. Das würde nix irgendwo reingehen. Sieht glaub ich soweit gut aus. Dann können wir uns glaub ich den Schlüssel mal holen. Ah ja. Ach komm. Mann. Das lässt mich da hin. So. Ah da liegen ja doch noch Münzen. Guck mal an. Ist doch noch nicht alles. So. Und hier haben wir. So viel Zoll. Das übersieht man sonst alles. Kannst du mir mal sagen warum du jetzt nicht gesproch. Och. Ich glaub es einfach nicht. Springen halt. So. So. Ist da auch irgendwas Specialiges oben. So. Hier ist nur der Raketen der Pfanne. Okay. Aber dann alles. Das ist echt die Frage. Gut. Speichern. Gut. Dann betätigen wir mal den Schalter würde ich sagen. Ey dahinten ist noch was. Nein du sollst. Du sollst du. Genau. Bleib hier. So. So. Der Bereich ist echt zu groß. Du siehst hier am laufenden Band was. So. Gut. Okay. Dann hier hoch. Ah. Wer war das jetzt wieder? Wo ist dieses Arschgesicht? Ich hab den immer noch nicht gefunden. Ach. Laden wir manchmal. Was? Ich bin jetzt aber nicht tausend Meilen zurück oder? Das hoffe ich doch mal. Weil ich gerade die andere Waffe nahe Hand hatte. Ich hab gerade eine berichtigte Frage. Ja. Ziemlich kacke. Oh Gott. Oh Gott. Aber 71 hilft. Ne das muss ich gespeichert haben eigentlich. Weil die hatte ich hier eben auch schon. Oder nicht. Ist immer noch irgendwas offen oder wie? Mensch. Das ist ja echt gruselig. Ständig fehlt hier noch was. Na gut. Oh Gott. So. Dich haben wir. Das ist ja andere Fissnilken. Wie jetzt. Hab ich dich endlich. Schieß mir keine Rakete meinen Arsch. So. Das ist ja mal voll knicken. So. Liegt da unten der Schlüssel. Kann ich da einfach runter jumpen oder verletze ich mich dann? Ich nehme an ich verletze mich dann. Nö. Was the fuck. Das Ding geht. Wow. Wow. Ja ist. Ist gut. Nimm F9 an. So. Ne. Da brauchen wir nicht. Gott. Da brauchen wir die Firebomb. Ach. Der nimmt tatsächlich automatisch dann die. Okay. Warum auch immer. Gut. Also Schlüssel und dann da runter. Wow. Und dann hier die Bronze Door. So. Wer noch? So. Will hier noch jemand was melden oder? Verpiss dich. Das ist meine Waffe. Arschgesicht. So. Oh. Äh. Das war's dann aber. Oder was? Ne. Da schießt noch irgendwas rum. Glaube ich. Oder wirkt das nur so. Ich hoffe das war der Rest. Weil dann kann ich mich jetzt Gottmord holen. Ne Quatsch. Hier will ich doch gar nicht hin. Da will ich hin. Was ist eigentlich da hinten? Noch. Nix. Hoch mit dir. Hier. So. Ganz nach oben. What the fuck. Ich hasse euch Dinger. Hab ich euch das schon mal gesagt? Speichern wir mal hier. So. Noch. Genug her. Ähm. Ja da hinten müssen wir hin. Jetzt sind wir genau in der Falte. Auf der falschen Seidee. Und ich hab hier noch nen Gegner gehört. Wo ist der? Boah sind die schwer zu sehen. Wirklich wahr. Ich hab echte Schwierigkeiten die zu sehen. Wo zur Hölle ist der? Ich bin mir sehr sicher, dass hier einen geschossen hat. Hier hat einer geschossen. Hundertprozentig. Ich weiß es einfach. Ah gut. Nee. Komm. Lass mich da wohl jetzt mal richtig schön springen lassen. Dankeschön. So. Jetzt wo ist die scheiß Bronx natürlich. Die ist. Unter dem Ding glaube ich. I do bad things too bad. Jo. Genau. Oh sehr gut. Boah hast du jetzt nicht mehr das Geriss. durchkommen. Wie traurig ist das denn? Ich meine. Okay. Die Hand hätte ich sehr viel eher holen sollen. Aber wirklich sehr traurig ne. Ich meine. Das ging beim Originalspiel. Okay. Okay. Das ist anscheinend schon das Exit. Tja. Ist die gute Frage. Was mit den Secrets ist. Habe ich wahrscheinlich unheimlich viele nicht. Zwei Stück nicht. Aber alles ist tot. Das ist ja sehr gut. Aber. Wir haben zwei Secrets nicht. Ja. Gut. Dann. Dann. Werden wir die mal. Versuchen. Nachträglich zu finden. Dann. Gehen wir mal hier rein. Das wird zumindest erst mal diesen Abschluss haben. Haha. Fürs Laden kriegt man auch. Punkt abgezogen. Nice. Aber trotzdem gutes Ranking. Jo. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde wieder versuchen die Secrets nachzuholen. Jo. Bis. Zum nächsten Mal. Bye bye.